Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute in diesem Video werde ich euch erzählen, warum ich so lange weg war, was mit diesem Kanal passieren wird, bzw. was mit ihm passiert ist. Viel Spaß mit. Dieser Kanal wird sich drastisch verändern. Guten Tag, herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich gibt es mal wieder ein Video nach sehr langer Zeit auf diesem Kanal. Und es hat auch ganz gewisse Gründe. Und ich will euch jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, warum ich jetzt so lange nicht kein Video mehr hochgeladen habe. Und wie es mit dem Kanal weitergeht, weil es gibt ein paar Änderungen. Und davon will ich euch jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Also der erste Punkt ist, warum war ich jetzt nicht so lange da. Also erstens, ich hatte einfach keine Content-Ideen und keine Motivation, irgendwas aufzunehmen und dann alles zu schneiden und so. Das hat sich jetzt aber wieder gelegt. Also ich werde jetzt wieder hoffentlich etwas regelmäßiger. Das heißt, es ist auch nicht jede Woche oder so, sondern auf jeden Fall, also es wird kein Datum geben, kein Regeldatum, an dem ich hochladen werde. Aber ich werde auf jeden Fall öfters als alle zwei Monate was hochladen, denke ich mal. Und warum habe ich jetzt nichts hochgeladen? Weil sich ein paar Sachen geändert haben. Ihr wisst vielleicht, dass ich den Kanal ja mit einem, mit Apfelplayer, also, beziehungsweise er hat sich jetzt umbenannt, mit dem anderen Herren mache, beziehungsweise gemacht habe. Und da er jetzt halt schon lange nicht mehr hochgeladen hat, habe ich ihn halt mal gefragt, wie es denn aussieht, ob er noch weitermachen möchte und so. Und als erstes hat er auch ja gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, so Red Wind Highlights und so wollte er machen. Aber dann haben wir halt nochmal ein bisschen miteinander gesprochen und so. Und da hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich doch keine Lust mehr hatte, diesen Kanal weiterzuführen. Dann habe ich gesagt, okay, wegen mir. Dann ändere ich den Kanal und da habe ich mir jetzt einfach ein paar Gedanken drüber gemacht. Und über diese Änderung möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen was erzählen. Also, die erste Änderung, dieser Kanal wird umbenannt. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren, dass diese Änderungen alle zutreffen. Dieser Kanal wird nicht mehr Apfelplayer heißen, sondern ich werde ihn entweder einfach zu Crea, so wie ich hier in-game heiße, umbenennen. Oder ich benenne ihn anders um, wenn ihr eine gute Idee habt, wie ich mich benennen könnte. Aber wenn ihr keine Idee habt, beziehungsweise wenn niemand was in die Kommentare schreibt, dann benenne ich mich einfach zu Crea um. Weil das ist eigentlich so halt am naheliegendsten mit meinem jetzigen in-game-Namen. Ich werde dann natürlich auch dazu passend das Profilbild von dem Kanal umbenennen, beziehungsweise ändern. Falls ihr da auch Ideen habt, könnt ihr gerne mich kontaktieren, zum Beispiel über Discord. Ich werde auch mein Discord-Tag in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr mich dann auch gerne darüber informieren, falls irgendjemand eine Idee hat oder auch was für mich machen möchte. Sonst werde ich mich da auch selber drum kümmern. Es wird einen anderen Kanal-Banana natürlich auch geben. Ich werde wahrscheinlich auch die Channel-URL ändern, zu dem Namen. Dann noch der nächste Punkt ist Content. Der Content wird einigermaßen gleich bleiben. Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich so PvP-beziehungsweise Hypixel-basierten Content hochladen. Außerdem werde ich weiterhin Tutorials hochladen, weil die kamen sehr gut bei euch. Und ich denke auch einfach, es ist ganz hilfreich, solche Tutorials. Und die werden dem Kanal jetzt auch nicht schaden. Dann, wie sieht es mit YouTube-Kacke aus? YouTube-Kacke werde ich nicht weiter auf diesem Kanal hochladen. Erstens ist es mit Copyright und so ein bisschen Grauzone. Und zweitens passt es einfach nicht so zu dem Content. Ich möchte so ein bisschen halt so auf Minecraft bleiben vom Content her. Ich möchte auf Minecraft-Content bleiben, deswegen bleibe ich auch bei... Mache ich die YouTube-Kacke auch von dem Kanal runter. Aber keine Angst, es wird trotzdem noch unregelmäßig YouTube-Kacke kommen. Auf einem zweiten Kanal, wo ich auch schon einen Teil der YouTube-Kacke reuploadet habe. Und dieser Kanal heißt Soßfuchs, den werde ich euch auch verlinken. Also da könnt ihr dann auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wegen der YouTube-Kacke auf meinem Kanal seid. Dann könnt ihr gerne diesen Kanal auch abonnieren. Und dann werde ich auch keine YouTube-Kacke mehr verpassen. Genau ab und zu wird vielleicht auch noch so mit der Ultimate-Immersion-Mod, so realistisches Minecraft oder so Sachen. Es kann manche so kürzere Videos kommen, aber hauptsächlich halt Highpixel-Content. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt, beziehungsweise was ihr dazu sagt. Und dann wünsche ich euch noch sehr viel Spaß am heutigen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao! Bis bald! Bis bald! Bis bald!